oh der kommt der kommt der kommt der war krank der war krank oder wie nennst du den das war der koppel wo der geht noch mal die corner haben die oder ja doch ein bisschen abgeblockt oh scheiße karl alter oh mein gott henke ja captain pizza ist da oh mein gott jawohl die sind so dumm oh die sind zu dumm oh scheiße nein hoffentlich sieht das karl nicht nein der eine ist safe irgendwie diamond oder so der eines wirft sich so die hose weg ja nein ja oh mein gott ja kommt zurück alter geil was hast du für eine pizza mit mit pilzen und schinken und so guter drift ja ja neun auf dem kurzen posten hast du noch hast du noch das frei nein ich kann ich kann ich habe zu weit unten scheiße also ein flacher langsamer nein 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 ich habe nicht mehr richtig gekriegt jetzt kommt jetzt kommt die auch extra die pizzer und passt auch lecker lecker und jetzt kriegt jetzt die chatten auf das chat maul auf und da kommt das flugzeug jetzt bin ich auch erst gestärkt oder ich merke das hast den lenker fester im griff jetzt ne und nämlich karl die fuego oh karl der kommt oh er ist da weg oh der kommt auch gut ich wollte ich räume die auf ich räume die auf schade waren genauso schnell wie ich auch mein gott so geschenkt was haben die gemacht was für loser hast du ja an die musik nein ich war ich fahr zu langsam ich fahr zu langsam ich fahr zu langsam oh mein gott der kommt geil der kommt richtig lecker oder ja oh oh hängt ein tocker aus die müssen richtig druck kriegen weil es wie hier in der schule damals okay oh ja den habe ich auf den blick den habe ich auf dem schlappen der hanker das war ein leckerer sort oh er dachte er nimmt den mit aber bedenken denke ich so viel aber er hätte nicht die rechnung mit dem hank mann gemacht ja ok ok oh der ist gestinkt nein setze hinterher das war ein fake oh zucker pass schlecker bist du noch dran ja ich kämpfe dich da durch ich wühle die beiseite die jungs hast du noch weiter hast du noch weiter ja ja ich mach den noch scheiße der kannst du dich zu mir bringen wenn es geht bin bin mittelfeld ja warte logischer pass weißt du der kommt ein bisschen weiter hinten oh das war ein pin schuss ich hab leider mich verdrückt ja kein problem oh scheiße sehr gut kommt nicht ja kein problem wir bringen nach vorne oh mein gott mit smash kommt den schafft er nicht schade oh mein gott bin ich irgendwie ich hätte ja keinen fuß und zweck da voll rangegangen an das ding hab ich hab ich hab ich auch sehr gut ich versuche noch mal ein second try der reihe oh schaffen die nicht also hink von spielgerracing wird gesponsert guck mal die wollen train die haben aufgegeben was für versagen meh 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 fuck sorry ich hab die falsche schaste gedrückt ich bin trash alles gut alles gut die haben auch gesackt der war komplett geschenkt gerade von uns oh digga kriegen die die noch mal ja 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 nein oh fuck scheiße unverdient ja kein problem wir gehen noch nicht müssen wir einschmeißen dann geht nicht anders schmeißt die euros rein wie quasi monte in den automaten ah true schön oh nachgesetzt oh schön beautiful aber das macht gut so muss die comments muss die comments oh mein gott oh mein gott war der schön oh mein gott top 10 fifa goals oh mein gott das war das tor der woche lecker alter oh mein gott wie geil lecker war der hengel hast du ja ich bin ein bisschen rücken rein oh mitgenommen den jungen oh oh ich bin ich bin oh oh ich bin eiskalt das ist alle tore eiskalt 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 oh mein gott oh der wär schön ich war leider zu weit hinten um nachzusetzen ich mach immer so gemeinde bounce shots alter oh hecke ja ja der fühle ich gut der fühle ich schön oh mein gott oh mein gott oh mhm köstlich digger he is insane ah den nicht ja der suck dick oh mein gott oh alter ich mach aber auch kranke shots gerade ich bin richtig im modus ok ok die verhältnisse stimmen gerade komplett gutes wetter bist du gerade avatai hellelemente ja hab ich hab ich oh alles gut ich hätte halt mehr speed bro ja hat er den ne hat er nicht oooh lecker alter ich bin richtig on fire gerade digger ich bin richtig ich brenn komplett oooh hätte ich auch gemacht an der Stelle ok muss noch seine ps4 hochfahren komm jetzt zieht er kurz CD einlegen ja ja bist brei karl ja oh mein will jetzt nicht los ja gesichert oh scheiße hab ich ja hast du wirklich hab ich nicht ah fuck ne ich hab mir gedacht ich hab mir gedacht nicht so viel speed ja du das ist das passiert wir geben ihm so ein bisschen Hoffnung wir wegen ihm so in Sicherheit und dann schlagen wir zu na hätte ich mal Pizza Käpt'n Pizza hatte ich hatte ich Dizzy gemacht auch rein mein lieber danke dir oh scheiße na oh mein gott hä WTF hätte ich nicht gedacht hä was ist denn das für einer hat der 0,2 stehts der war ja ganz komisch ja der kommt auf die corner na der ist im corner oh scheiße ach fuck los oh oh karl sehr schön sehr schön jetzt kommen wir jetzt kommen wir zurück hier fühlst du die Energie karl fühlst du die Energie karl das kann auch mein Monster sein aber ich fühl die Energie ok oh jawoll der hat geschlafen der hat geschlafen Gang nicht richtig reingekriegt oder was nee nee ich glaub der hatte irgendwie Probleme mit der Kupplung Kupplung nicht durchgetreten ich glaub der muss jetzt kurz sein Auto auswechseln Ersatzwagen der fällt jetzt ein gerade in die Arena oh mein gott Alexander Markus läuft von mir jetzt gehts rein jetzt gehts rein oh mein ich hab den angeschubst Halt's ab ich hab den angeschubst ich hab den angeschubst ich hab den angeschubst guck guck der ist an Digga geil schmutzig geil ich hab heute wieder so einen richtig guten Tiktok gesehen ok oh nein oh ne Digga wo äh so ne Frau gesagt hat oh sag mir was schmutziges und ein Typ ähm ungewaschenes Geschirr oh Alter das war fucking es war äh ich fahr 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 komm noch an komm noch an komm noch an naa schmutz der ist auch warm der ist auch warm ahhh schade der wäre gewissen der wäre gewissen der wäre gewesen dein Enkel die bisschen nach hinten ja ja der kommt hoch für die kontrollieren es ist ein bisschen bedrohung weißt du geht der in richtung die wissen schon und mit hängt man es nicht zu nico cherry ding oh mein gott wir wurden gebrochen wir wurden gebrochen karl wieso mit zum streichen jetzt würde ich zerbrochen hänke gebraucht ist heute nicht und jetzt du hänke komm druck wir brauchen druck ja der wird uns geschenkt nein nein ich wollte ich wollte vorher noch erwischen komm noch mal komm noch mal komm noch mal kommt oh mein gott ich wusste nicht wie ich dachte dass sie beide selbst aufgehen okay aber schönes ding ich gucke noch ein video dann muss ich aber auch durchziehen viel spaß um geburtstag hänke alles klar mach ich mach ein bild von mir ich